Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cross vorbei im Lamborghini Huracan. Und da sind wir wieder, Leute. Herzlich willkommen zum Update-Video der Woche. Und wie jede Woche sag ich euch auch heute, was alles neu gekommen ist. Und wir haben eine große Änderung diese Woche und eine kleine. Und ansonsten nur Änderungen, die im Hintergrund stattgefunden haben, damit euer Spielerlebnis noch besser wird. Deswegen wird's heute ein kurzes Video, aber dennoch ein krasses Update. Und natürlich gibt es auch noch das Auto der Woche, haben wir nicht vergessen. Aber fangen wir einfach an, denn... Für alle gebannten Spieler sei gesagt, es ist noch einfacher, jetzt ein Unband zu kaufen. Nämlich geht das Ganze jetzt online in unserem Shop, shop.paulberger.gg. Dort könnt ihr einfach eure Bann-ID eintragen und werdet direkt entbannt innerhalb von ein paar Minuten. Es gibt etwas Neues in der Spielwiese. Natürlich unsere Möglichkeit, mit Waffen gegen andere zu spielen. Mit Paintball-Waffen quasi. Und zwar kann man hier ja reingehen, das kennt ihr schon. Und hier hinten gab es ja wie gewohnt das Free-for-All, in dem ihr in verschiedenen Maps gegeneinander antreten könnt. Jetzt gibt es aber einen weiteren Spielmodus, denn es gibt für euch offiziell 1 gegen 1 Matches. Denn hier könnt ihr einfach E drücken. Und oben links seht ihr schon, zwei Maps zur Auswahl. Ihr müsst jetzt euer eigenes Game erstellen, nämlich hier Dust oder Gulag. Wir nehmen jetzt Dust, dann die Waffe auswählen. Wir nehmen mal eine Muskete und dann fünf Punkte insgesamt. Und jetzt könnt ihr euch neben den Spieler stellen, mit dem ihr spielen wollt und einfach H drücken. Und der Spieler hat jetzt eine Einladung bekommen und kann diese jetzt annehmen. Und jetzt geht das 1 gegen 1 schon los. Diese Map kennt eigentlich jeder von euch. Und na los, zeig dich. Den werde ich jetzt platt machen, Junge. Hä, läuft weg von mir. Bam, so 1-0. Let's go. Und wer zuerst fünf Punkte hat, in dem Fall, ihr könnt auch mehr Punkte einstellen, Der hat das 1 gegen 1 gewonnen. Natürlich hat das Ganze auch Stats, wie ihr jetzt über meinem Kopf sehen könnt. Alle eure Wins, Tode, Kills und so weiter werden mitgezählt. Und es wird eine Bestenliste hier in dieser Arena geben. Aber Leute, kommen wir erst einmal dazu, worauf ihr alle gewartet habt. Nämlich das Auto der Woche. Und natürlich ist es so, dass bei manchen Kisten, wenn das Auto richtig krass ist, ist natürlich das Auto schwerer zu bekommen. Heute gibt es eine leichtere Kiste. Denn heute ist das Auto der Woche ein BMW Z4. Und bei dem Auto kann man sogar das Dach einmal abnehmen. Da habt ihr quasi ein Cabrio. Achtung. So, die Fenster fahren runter. Das Dach fährt nach hinten. Sehr gut. Und hier habt ihr ein sehr, sehr krasses Cabrio. Schaut doch mal von innen. Und dadurch, dass das jetzt natürlich kein Lamborghini ist oder so, kann man den auch einfacher bekommen. Ich muss aber ehrlich sagen, also so ein Orange und auch das Heck und so weiter sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wenn ihr dieses Auto haben wollt, könnt ihr jetzt bei der Werkbank die Z4-Kiste bauen. Und mit etwas Glück gehört dieses Auto bald euch. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem Update-Video der Woche. Minecraft wird immer noch dran gearbeitet. Wir bringen bald ein sehr, sehr krasses Update. Seid darauf gespannt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao mit au.